Ich möchte jetzt die Möglichkeit nutzen, um über meine Lieblings-Fernsehsendung zu sprechen. Das ist die Sendung, wo sich Kinder komplett zum Horst machen. Ich meine nicht die Mini-Playback-Show, eine Sendung, die es leider nicht mehr gibt. Mini-Playback-Show, sie erinnern sich, das war ja die Sendung, wo kleinwüchsige, kleine, verzogene Mädchen in Leder und Latex gezwängt wurden. Und die haben dann gesagt, Ja, die Mädchen, ganz schwöre, wir sind. Ja, also diese Sendung von Peter Rasten. Davon rede ich nicht, ich meine natürlich Kinderquatsch mit Michael. Ganz schon, der Moderator ist sein Geld wert. Ja, grüß Gott, wen haben wir denn hier? Ich bin Elisabeth. Du bist die Elisabeth, sag mal Elisabeth, wie alt bist du denn? Ich bin sechs Jahre alt. Du bist sechs Jahre alt, sag mal. Hält dir was auf. Der wiederholt immer wieder die Antworten. Es ist so ähnlich wie bei Darik. Wo waren Sie gestern Abend? Ich, äh, ich war weg. Sie waren weg. Und wo? Ich war im Kaffee. Sie waren im Kaffee. Warum? Ich, ich wollte was trinken. Sie wollten was trinken. Und was? Nikola, 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 Nikola. Das sagte ich doch schon, das sagen Sie doch schon. Aber zurück zu Kinderquatsch mit Michael. Warum erzähle ich das? Es gibt nämlich eine Folge, die ich auf Video habe, die ich mir immer wieder gerne angucke. Denn einmal hatte der gute Michael Schwanzer ein wenig Pech. Denn eingeladen hatte er das Arschlochkind Nummer eins. Ja, grüß Gott. Wen haben wir denn hier? Ich bin die Melanie Schlafke. Du bist die Melanie Schlafke. Sag mal Melanie, wie alt bist du denn? Das hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, das hast du ja vorhin schon gesagt. Ich möchte das dazu nochmal von dir hören. Ich bin vier Jahre alt. Du bist vier Jahre alt. Sag mal, Melanie, welches Lied magst du uns denn singen? Ich möchte das weiße Pferd mit dem Onkel drauf, bitte sehr. Ich möchte das weiße Pferd mit dem Onkel drauf, bitte sehr. Das Lied, das kenne ich gar nicht. Ich möchte das weiße Pferd mit dem Onkel drauf, bitte sehr. Ich möchte das weiße Pferd mit dem Onkel drauf, bitte sehr. Ah, jetzt verstehe ich. Du möchtest jetzt schon dein Präsent. Nein, ein zuerst singst du fein ein Lied und danach bekommst du dein Präsent. Ich möchte das weiße Pferd mit dem Onkel drauf, bitte sehr, bitte. Ich möchte das weiße Pferd mit dem Onkel drauf, bitte sehr, bitte. Ja gut, dann geh halt und hol sie. Du musst es mir holen. Äh, ich soll sie holen. Steffi, bist du so, meine entzückende Assistentin wird das für mich machen. Hoh mal, das weiße Pferd mit dem Onkel drauf, bitte sehr. So, da ist sein Präsent, das weiße Pferd mit dem Onkel drauf. Und jetzt singst du uns aber drauf ein Lied. Geh? Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause, bitte sehr. Geh doch zu Hause. Geh doch zu Hause. Geh doch zu Hause. pertaining